Grüezi alle Wiener und der Beruns in der Schweiz, wir sind hier in Zermatt, ich bin da am Wartelrand vom Bauernhof, ja wo ich denn hinfahren will, ja hab ich das nicht gesagt, ich werd mit dem Glacier-Express fahren, oder? da von uns hier von Zermatt, da ist es übrigens kalt, aber wir sitzen ja ein paar Pullover, aber ich werd von ihr fahren mit dem berühmten Glacier-Express, oder? da ist ja schon der Glacier-Express, hab ich auch schon reserviert, einen Sitzplatz da drin, ich nenne hier genau Sitznummer 22, oder? da werd ich jetzt einsteigen, aber bevor ich da reinsteige, oder, muss ich mir erst noch meine Fahrkarte holen, oder, und einen Koffer lösen na gut, ich seh auch so ähnlich halt, also, bis auf Wiener Urge, wir seh uns dann auf Sitznummer 22 im Glacier-Express Grüezi alle miteinander, Wiener Urge, so geh ich mir jetzt holen, den Fahrschein Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung. BR 2018 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 Der vorgehende Teil und mein Kollege, übrigens Alfred, der wird jetzt schon den nächsten Teil heraussuchen, der, das kann ich versprechen, mindestens genauso bestehen, genauso, so wie ich schon, ist wie der erste, also der vorhergehende Teil. Gut, Alfred, wie weit bist du schon? Alfred, wie weit bist du schon? Bist du wahnsinnig, also bist du wahnsinnig geblieben? Ich weiß es nicht. Ich gebe mir nicht ein Ding. Das Roster ist nicht immer so Ding, nicht? Wah! Ich hab's ja, nicht? Ich hab's ja nicht. Ja, nicht? Ich weiß eh, dass sie sich den zweiten, also ich weiß, dass sie sich den zweiten, denkst du, aber wenn er nicht so der Schrecker ist, dann hätten wir's schon, nicht? Hätte ich ja schon längst, weil ich bin ja kein Drott da, nicht? Ich weiß ja, wo das nächste ist und das nächste haben wir da, nicht? Das heißt? Das ist nicht von deinem Haar, der Knöpsel, der hat das, nicht? Gut, also Schleierung, wir machen jetzt vorgleicher. Ich hoffe, dass es gefällt euch, nicht? Wir wünschen euch auch 5 Mast für den Teil. Also, immer so. Wir wünschen euch, nicht? Wir wünschen euch auch 5 Mast für den Teil. Und gestern ist heit geworden und heit ist bald morgen, oh die Ehe. Und gestern ist heit geworden und heit geworden und heit geworden. Und gestern ist heit geworden und heit geworden. Und gestern ist heit geworden und heit geworden und heit geworden. Und gestern ist heit geworden und heit geworden und heit geworden. Und gestern ist heit geworden und heit geworden. Und gestern ist heit geworden. Und gestern ist heit geworden. Und gestern ist heit geworden und heit geworden. Und gestern ist heit geworden und heit geworden und heit geworden. Und gestern ist heit geworden und heit geworden. Jetzt bist du so weit, weit weg, so weit, weit weg von mir. Jetzt bist du so weit, weit, so weit, weit weg von mir. Jetzt bist du so weit, weit weg von mir. Du warst wie der Sonne Magen, der eine vor den Meinen hat. Oh, es wie ein warmer Wind auf der Raum, ich wehr' nur deine Nussung, ich spür' nur deine Hände im Gesicht und wie du mir ganz tief in der Augen schaffst. Jetzt bist du so weit, weit weg, so weit, weit weg von mir. Jetzt bist du so weit, weit weg, so weit, weit weg von mir. Bis zum nächsten Mal. Okay. 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 Okay.